Das Flugzeug dreht um. Willst du da durchfliegen? Voll schnell. Ja, ja. Die sind doch sonst nicht so schnell. Das ist eine kleinere Maschine als sonst. Nein, guck mal, das ist die große. Die sonst auch. Das ist eine ganz normale riesige Maschine. Die Füchte heute? Ja, nach München. Aber die wissen das noch nicht. Guck mal, es zieht da. Obwohl, nein, es zieht da. Krass. Das ist eine sehr Vielen Dank.